Bevor das Video startet, sehr gerne meinen Zweitkanal unten nochmal abonnieren, denn es kann sein, dass auf diesem Kanal bald keine Videos mehr erscheinen werden. YouTube ist gerade dabei, meinen YouTube-Kanal zu zerstören, weil ich anscheinend Inhalte hochgeladen habe, die YouTube nicht so gepasst hat. Von daher ganz, ganz wichtig, diesen Kanal eben auf Pause drücken, unten zu abonnieren, auf die Glocke zu drücken, bei diesem Kanal auch, und auf Telegram vorbeizuschauen. Dankeschön für deine Unterstützung, wenn du weiter von mir kostenlosen Gesundheitscontent für dich und deine Familie haben möchtest. Jetzt geht's mit dem Video los. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Ja, herzlich willkommen und Dankeschön, dass du auch wieder bei diesem Video dabei bist. Vergiss bitte auch nicht, meine anderen beiden Kanäle zu abonnieren, PuraScience und den Telegram-Kanal. Und jetzt starten wir mit diesem Video. Ich habe vor kurzem auf diesem Kanal Videos gemacht zum Thema T-Helferzellen 1 und T-Helferzellen 2. Und das hört sich total unspektakulär an, aber es war sicherlich einer meiner wichtigsten Videos auf diesem Kanal, denn man kann so zäglich jedes Leiden eines Körpers, eines Organismus, eines Menschen fast in diese Kategorien einteilen, ob man einen TH1-Überschuss oder einen TH2-Überschuss oder einen Mangel oder ein Ungleichgewicht hat. Und das waren ganz, ganz wichtige Videos. Schaut euch die auf jeden Fall gerne nochmal an. Ich möchte hier nochmal ganz kurz erklären. Ich habe am Ende meines letzten Zweiteilers erklärt, eine Liste von Laborbefunden. Die können wir hier nochmal kurz einblenden. Dann habe ich gezeigt, welche Produkte in klinischen Labordiagnostiken bzw. Patienten befunden, denen geholfen haben. Und diese Liste war nicht ganz verstanden von euch. Und das war mir so wichtig, dass ich das jetzt nochmal explizit für euch komplett die Liste auseinandernehmen werde, damit ihr genau seht, welcher Stoff bei welcher Krankheit zu welchem Prozentsatz bei denen geholfen hat. Bei den Patienten. Wie gesagt, das war aus einer Klinik quasi, die die Laborbefunde, ja, ein Auszug davon. So, also, nochmal ganz kurz. Es gibt als Einleitung nochmal, es gibt Krankheiten, die sind in TR1 und in TR2 zu unterteilen, ja. T-Helferzellen, 1, T-Helferzellen, 2. Das sind Immunzellen von dir. Diese senden bestimmte Botenstoffe aus, ja, denn diese befehlen deinem Körper bestimmte Dinge zu tun, ja, und zwar Antikörper zu bilden. So, T-Helferzellen, 1, senden das Interferon-Gamma aus. Das ist deren Sprache, deren Botenstoff, dass Antikörper gebildet werden. Was Antikörper sind, komme ich gleich noch dazu. Und dann gibt es T-Helferzellen, 2, die als Botenstoff Interlokin, 4 haben. So, und diese senden dann vermehrt Antikörper aus. Zum Beispiel, das IgG1 und 3 ist für die T-Helferzellen, 1, zuständig. Und das, beziehungsweise verantwortlich und bei den T-Helferzellen, 2 ist das Antikörper, das IgG, ja. Die Immunglobuline quasi, 2 und 4 zuständig. So, und was passiert? Antikörper sind bestimmte Fragmente, die auf bestimmte Antigene passen. Und Antikörper sind von deinem Körper gebildet, um Antigene, das heißt Erreger, zu töten. Die passen ganz genau auf den Erreger drauf, um ihn zu eliminieren, um ihn auszuschalten. So, wenn jetzt aber halt ganz viel Antikörper ständig gebildet werden, obwohl gar keine Antigene da sind, die passen oder in den Mengen quasi da sein müssten, dann ist es quasi so, als wenn ganz viele Arbeiter zu einem fertiggestellten Haus kommen, dann machen sie auch irgendwann nur Blödsinn. Oder der Spruch zum Beispiel, ganz viele Köche verderben den Brei, ja, kennt ihr zum Beispiel auch von Köchen. So, wenn die ja ganz viele rumpanschen, dann schmeckt es halt irgendwann auch nicht mehr, ja. So, und genau das ist der Fall bei deinem Körper. Wenn das zu viel passiert, dann passiert eben auch Unfug, ja. Dann werden Befehle gegeben, die unnötig sind. Und es kommt zu Manifestationen von Krankheiten, die normalerweise nicht sein müssten auch. Das heißt, es kommt zu einer Disbalance. Das normale Verhältnis ist 5 zu 1. TH1, TH2 habe ich ebenfalls im Video alles erklärt. So, hier sehen wir nochmal die Tabellen von den verschiedenen Krankheiten, bitte nochmal kurz einblenden. TH1-Krankheiten und TH2-Krankheiten. Da könnt ihr euch bestimmte Dinge halt wiederfinden. So, und jetzt fand ich es sehr, sehr interessant, dass ich eine Liste gezeigt habe, die hier. Und zwar steht da ganz oben TH1 größer TH2. Induktion. Was bedeutet das? Dass diese Stoffe alle, die in dieser Liste vorkommen, TH1 größer machen als TH2. Das heißt, dich wegdrücken von TH2-Krankheiten, weil du jetzt mehr TH1 bekommst durch diese Stoffe in den meisten Fällen. Und das Gleichgewicht wieder mehr hergestellt wird zwischen TH1-Zellen und TH2-Zellen in deinem Körper. So weit, so logisch. Steht auch Induktion dahinter. Ja, sie induzieren TH1. Okay, das haben wir hoffentlich jetzt alle so weit verstanden. Jetzt schauen wir mal extra genauer. Da steht bei Shitake, das Erste, in 60% Interferon-Gamma. Was mag das wohl bedeuten? In 60% der Patienten in der Klinik, die Shitake-Extrakt zu einer bestimmten Konstellation bekommen haben, kam es zu einer TH1-Erhöhung. Das heißt, dem Interferon-Gamma. Interferon-Gamma ist natürlich das Botenstoff von den TH1-Zellen. Diese wurden erhöht in 60% der Fällen. So, das heißt, mehr Ausgleich für TH2. Zum Beispiel bei Allergien oder sowas halt, die ja TH2-bedingt sind. So. Und da sehen wir auch noch, dahinter steht da noch, moderat induziert IL-10. IL-10 war moderat. Das Interferon-Gamma, das heißt TH1, war sogar stark ausgeprägt in den 60%. In den 60%, die eine Reaktion haben in der Erhöhung von TH1, war es stark. Dahinter dann aber noch IL-10, moderat induziert. Dann in 5% aller Getesteten von Shitake kam es nur zu einer IL-10-Induktion, einer Stimulation, nicht zur Interferon-Gamma. Das heißt, 60% hatten eine Wirkung, aber auch ganz, ganz viele hatten überhaupt keine Wirkung. Und zum Beispiel 5% hatten gar keine Wirkung auf TH1 und nur IL-10 zum Beispiel. Jetzt ist zu klären, was heißt noch das IL-10 in der Beschreibung. Also, ich möchte dieses Bild hier nochmal aus meinen letzten Videos zeigen. Hier sehen wir, es gibt bestimmte Zellen, bestimmte B-Zellen, die Interferon-Gamma, also induzieren, ja, und damit bestimmte Antikörper induzieren. Ne, habe ich gerade gesehen. Hab ihr erklärt auch, IgG1 und IgG3. Ja, so, dann gibt es unten die TH2-Zellen, oben die TH1-Zellen, Interleukin 4 und dann auch bestimmte Antikörper sehen wir, IgG2 und IgG4. So, und in der Mitte sehen wir nochmal Zellen, die sehen wir, den Bodenstoff ist IL-10. Und das steht jetzt da nicht, aber das sind die T-regulierenden Zellen. Okay, es gibt anscheinend noch welche, die wollte ich in meinen letzten Videos außen vor lassen, um euch nicht zu viel zu verwirren. Warum ich die jetzt aber hier auch noch reinnehme, ist, normalerweise stimulieren sie Richtung TH2. Ja, so. Aber die ganz, ganz wichtige Funktion und Aufgabe von IL-10-Zellen sind, dass sie allergische bzw. entzündliche Prozesse, also gerade Allergien, regulieren. Das heißt, wenn du sehr wenig Interleukin-10 hast bei dir im Körper, den Bodenstoff, werden deine Allergie-entzündlichen Prozesse nicht reguliert, nicht nach unten reguliert. Ja, die T-regulierenden Zellen schütten IL-10 aus, damit entzündliche und allergische Reaktionen reguliert werden. Ganz wichtig, das heißt, was bedeutet das jetzt? Wenn zum Beispiel, ich möchte weiterhin auf die Frage eingehen, manche Menschen haben gesagt, naja, gut, was ist das für eine Theorie? Ich habe zum Beispiel eine Autoimmunkrankheit, zum Beispiel Diabetes Typ 1 oder Multiple Sklerose, das ist ja typisch TH1-Überschuss, ja. Aber gleichzeitig habe ich auch eine Allergie. Und das kann man jetzt erklären, indem man Interleukin-10 dazu nimmt. Okay, es kann sein, dass du einen Überschuss von TH1 hast und damit auch Autoimmunkrankheiten hast, wie ich gerade genannt habe, gleichzeitig Allergien hast. Das kann aber damit zusammenhängen, dass du nicht noch gleichzeitig einen TH2-Überschuss hast, sondern dass du einfach noch IL-10-Mangel hast. Ja, das heißt, dass du nicht in der Lage bist, die Allergien gleichzeitig noch zu regulieren. Also die T-regulierenden Zellen haben ebenfalls nochmal einen regulatorischen Prozess auf die allergische Reaktion und damit auf die TH2-Antwort. Ganz wichtig, das ist ein bisschen verwirrend jetzt, aber für die Leute sehr, sehr entscheidend, wenn man zum Beispiel einen Bluttest machen möchte. Dann könnte man ja einfach hingehen und könnte sagen, gut, ich möchte gerne TH1, TH2 messen lassen, da habe ich mir im letzten Video erklärt, wie man das misst. Und dann möchte ich ganz gerne noch T-regulierenden Zellen messen, IL-10 messen und damit auch den Antikörper, der dadurch resultiert, IGA. Ja, das als Tipp nochmal für euch. So, ich glaube, es ist jetzt so ziemlich klar. Also die Abbildung nochmal, wir wissen jetzt alle, was 60% heißt. Bei 60% kam es zur Erhöhung von TH1 und damit weg von TH2. Dann haben wir gelernt, wir wissen nicht darüber, wie viel gegeben worden ist von dem Shitake. Und wir wissen auch nicht, wie stark es erhöht worden ist. Es hat nur dahinter stand, nur stark, ja, aber wie stark wissen wir auch nicht. Das geht auch nicht aus dieser Abbildung hervor. Es geht nur, bei 60% hat es geholfen und zwar stark. Des Weiteren IL-10, ja, war ebenfalls moderat induziert, warum das ebenfalls relevant ist, weil IL-10 ebenfalls TH2-Reaktionen wie allergische Reaktionen reguliert und damit zusätzlich noch positiv wirkt. Wenn du TH2-Überschuss hast, hast du auch meistens Probleme mit Allergien. Das heißt, du musst mehr TH1 haben, das war in 60% der Fälle. Und des Weiteren IL-10 war ebenfalls moderat erhöht, was ja zuständig ist für Regulation der Allergien und damit auch der TH2-Reaktion, okay? Von daher sind das ganz zwei wichtige Faktoren. Ich denke, jetzt hat das jeder verstanden. Ja, wenn nicht einfach nochmal anhören, dann hast du es auf jeden Fall verstanden. So, jetzt machen wir mal weiter. Wichtig ist nochmal zu sehen, zum Beispiel Iscador M, ja, das ist ein Arzneistoff, ist aber nichts anderes als ein Mistel-Extrakt, ja. Die Mistel kennen wir, diese Puschel sind das, so Puschel-artige Pflanzen. Das sind eigentlich Parasiten an Bäumen, die haben aber tolle Eigenschaften. So, hat nur 50% induziert. So, Banderol zum Beispiel hat aber 90% induziert. Ist es jetzt das bessere Produkt? Nein, eben nicht. Und das zeige ich euch jetzt gleich mal eben. Und zwar, wir sehen zum Beispiel hier, dass Shitake normalerweise in 60% induziert hat. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist ein TH1-Stimulator. Nein, in einer randomisierten Kontrollstudie mit Menschen hat gezeigt, dass Shitake zu keiner Veränderung der Interferon-Gamma-Status führte. Das heißt, zu keiner Induktion von TH1 führte. Das sind dann wahrscheinlich genau die 40% zufälligerweise, die in einer randomisierten Studie zum Beispiel da sind. Was ich damit sagen möchte, es kann zwar sein, dass vielleicht in den 60% der Fällen Shitake das Beste für die Menschen war, aber zum Beispiel ein Stoff, der normalerweise 90% bei anderen gewirkt hat, bei denen aber gar nicht wirkt. Und das habe ich in dieser Studie zum Beispiel auch bewiesen, dass bei 60% geholfen hat, aber zum Beispiel in der Studie keinem geholfen hat. Was ich damit sagen möchte, die Liste ist lang. Und was man machen kann, ist, die Stoffe zu testen. Tut mir leid. Einzeln zu testen an sich selbst. Einfach zu testen. Du hast nichts zu verloren. Wenn es einen Mensch gibt, der dir sagt, oh, das bringt nichts, das bringt nichts, das bringt nichts, dann verbanne diesen Menschen aus deinem Leben. Erstens, weil dieser Mensch hat meistens das Produkt selbst noch gar nicht getestet und urteilt darüber. Und zweitens, du bist ein individuelles Wesen. Und deshalb wirkt dein Körper so verstrickt in tausend Prozesse, dass jeder Stoff anders wirkt bei dir. Du musst es bei dir gerade in solchen sekundären Pflanzenstoffen für dich entscheiden. Es gibt Stoffe natürlich, die immer gleich wirken, die körpereigene Stoffe zum Beispiel, ja, Q10, Glutathion und solche Sachen halt. Das ist klar. Aber wir sprechen hier meistens von sekundären Pflanzenstoffen. Und die wirken komplett unterschiedlich auf die Körper selbst. Von daher an, teste es für dich einfach aus. Das möchte ich damit sagen. Es ist nur ein Leitfaden gewesen für dich, dieser Liste, ja. So. Wir können auch nochmal weitermachen. Zum Beispiel sehen wir bei Punkt 2, da sehen wir TH2 größer, TH1 quasi. Das sind die, die normalerweise wirken entzündungshemmend auf, wie zum Beispiel Autoimmunkrankheiten, wie Multiple Sklerose. Das sind Entzündungen, ja, in den Myolinscheiden und solche Sachen, in den Nervenzellen quasi. Und dass Kukumin und Weihrauch anti-entzündlich sind, ist völlig logisch, dass sie natürlich auch niemals TH1 fördern. Ja, weil TH1 ist immer immunstimulierend. Ja. Das heißt, diese machen genau das Gegenteil. Niemals wurde beobachtet, dass diese TH1 induzieren. Das heißt, wenn du unter TH1-Krankheit leidest, könnte es sein, dass dir Kukumin wichtig ist. Kukumin wird sonst nicht aufgenommen, ja. Vielleicht nochmal ganz kurz. Wir haben ebenfalls eine Studie gemacht zur Kukumin. Ja, Liposomal 36 mal höher. Aber du kannst es zunehmen, wie du willst. Mach es einfach, wie du möchtest, ja. Oder auch Weihrauch, ja. Es war hier auch sehr, sehr gut im Kurs. Hat niemals TH1 induziert. Immer nur TH2, ja. Das sind vielleicht Sachen, die man dann halt dafür nehmen kann, ja. Ich denke, jetzt hat jeder so ungefähr die Abbildung verstanden, was sie bedeuten sollte. Und dass es für jeden individuell ist. Ja, das wollte ich euch einfach nochmal mitgeben, dass ihr solche Sachen auch lesen könnt und verstehen könnt und testen könnt für euch. Und ja, das war mir einfach nur wichtig. Okay? Dankeschön, dass du zugeschaut hast bis hierhin. Wirklich, jetzt weißt du es wirklich, wie es funktioniert. Wenn nicht, wenn du was nicht verstanden hast. Du kannst das Video langsamer stellen und du kannst es wieder auch zweimal schauen, ja. Damals im Studium habe ich ja auch nicht eine Vorlesung einmal geguckt und danach habe ich die Klausur geschrieben. Nein, ich habe mich natürlich nochmal ein bisschen nachrecherchiert, vielleicht nochmal geguckt, die Vorlesung und so weiter, bis ich es verstanden habe. Weil das ist ein wichtiges Teil. Vergiss nicht, der Krank hat tausend Wünsche, der gesunder tausend Wünsche der Kranke immer nur ein. Und dass diese Kanäle einfach nicht aussterben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Von daher immer bis zum Ende schauen, liken, teilen. Ich freue mich. Schau gerne auf meinen anderen Kanälen vorbei. Und wichtig, auch sehr gerne auf purazell.de vorbeischauen. Denn nur damit kann ich quasi diesen Content für euch produzieren, indem ihr mich darunter unterstützt unter purazell.de. Bis gleich dahin auf purazell.de. Dankeschön fürs Zusehen. Danke für deine Unterstützung. Bis dahin. Ciao. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017